Moin Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King Kong. Was ist los, Denham? Nicht spannend genug für den Film? Das sind... Habt ihr gesehen? Wir müssen da noch. Auf der anderen Seite gibt es einen Durchgang. Oha. Schaut euch nur mal diese Beine an, die sind ja wie Baumstämme. Oh Gott, es werden weiter. Sie sind doch verrückt, Denham. Es gibt keine verschollene Insel. Wir haben kein Interesse an diesem Film. Es gibt keine verschwundene Zivilisation. Bringen Sie uns nicht zum Lachen. Folge den Brontos-Check. Ich habe da unten Feuer gesehen. Wir müssen dieses Gestrüpp anzünden. Mehr zuletzt, lacht, lacht am besten. Brontosaurier sind das, okay. Alles klar. Brontosaurier sind das. Keine Apathosaurier. Oh Scheiße. Raptoren. Das war's gens indispens earnings. Ich werde mich stark verdadeirisch murdered. Für mich schon wieder hormones Jahre〉 Michiouisen. Ich habe gerade beliebt, Schmerzen für mich ausführlich. Geil. Bis jetzt мирано bald. Ich habe dunkel. cadufe. Ich bin mitter's gegangen. Na, kommst nicht hinterher, wa? Ta, schwindet! Was ist das? Brennt, ihr Bastarde. Und jetzt schnell zurück. Brennt, ihr seid. Okay, ich wollte gerade sagen, drei Reservepatronen, Junge. Ich muss bald nachladen. Jetzt kommen auch noch kleine Spastis. Okay. 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 Wir bekommen ja viel mehr Dinosaurier als auf dem Hinweg, Junge. Okay. 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 Scheiße, geht das ab hier. Warum muss ich euch eigentlich immer helfen? Ich muss bald nachladen. Ja, zum Glück. Da ist noch einer. Wir haben geschossen. Mr. Hayes, sind Sie das? Bis. Der ist so behindert, ne? Der ist so behindert, ne? Hilfe! Hilfe! Die Luft ist rein. Lande weiter flussabwärts. Sobald du kannst, wir finden einen Weg hinüber! Beeilte euch! Ich hab komische Geräusche gehört! Hm, nicht nur du, wir auch. Der ganze Dschungel ist voller komischer Geräusche hier. Die Ureinwohner, Junge. Was war das? Die Tür! Sie haben uns eingeschlossen! Was kamen die vor? Lassen die uns jetzt raus? Nein, sie lassen irgendwas rein. Eine Falle! Jack! Komm mit mir! Eröffne das Feuer! Das ist okay, ich habe genug Magazin. Das ist unglaublich! Das ist okay, ich habe genug Magazine. Kommt weiter. Achtung! Beeilung, Jack! Jack! Hier lang! In Deckung! Das Feuer hat einen Weg geschaffen. Den nehmen wir! Los! Mr. Hayes! Jimmy! Bleib auf dem Floß! Sie kommt von allen Seiten! Ich werde hier landen! Beeilt euch! Sie kommen! Hm? Der ungestürzte Baum! Da kommen wir rüber! Oh! Du musst den Weg freimachen! Weg vor! Alter! Die haben mich abgestochen, die Bastarde! Ja, besser ist das auch für die Bastarde! Hilfe! Hilfe! Ich komme, Mr. Hayes! Nein, Jimmy! Beweg dich nicht! Hilf mir! Ich beeile dich, Jack! Schnell! Mach schon, Jack! Komm rauf! Beeilung, Beeilung! Sie sind fast hier! Komm und hilf mir, Jack! Wobei denn? Heftig! Da ist er, der gute Jimmy! Da ist er, der gute Jimmy! Ja, das stimmt! Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, bewerte die Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 !